Das war's für heute. 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 Hey, Charlotte, komm mal her. Wenn die Paula dich küssen wird, würde sie dann zurückküssen. Kann dir ja egal sein. Da ist ein Konzert im Shake. Ja, und die Paula hat mich halt eingeladen. Die Paula? Ja, die Paula. Hast du gesehen mit ihr in einer Klasse, oder? Ich weiß eigentlich gar nichts über dich. Die weiß nicht genau, dass ich irgendwie als ein Freak bin oder so. Ich mag Freaks. Ich hab nachher schon nach dir gesucht. Echt? Machen wir's nochmal. Was habt ihr denn gemacht? Ähm, wir haben uns auf Französisch vorbereitet. Die französische Vorbereitung muss aber ziemlich intensiv gewesen sein. Du bist ja ganz feucht. Und dann gehen wir raus und gehen das dann wieder so. Und dann gehen wir aus.